Ich grüße euch Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV und wir kommen zur Folge Nummer 34 vom Landwirtschaftssimulator 2011 hier auf GamerTV. So, ja, liebe Community, wir haben es soweit geschafft, riesengroße Felder anzulegen. Nämlich das, wo wir gerade drauf rumtuckern und das daneben. Das sind, glaube ich, eins der größten Felder. Wenn nicht da hinten am Hafen das Feld größer ist. Das will ich aber nicht hervorbeschwören. Wie sieht das Wetter aus? Mittwochregen, das heißt drei Tage lang können wir ackern, ackern, ackern. Ach, da geht's lang. Ich kann sagen, wie fährt der jetzt? Ganz komisch. Ja, er hier hat einen supergroßen, supergroßen Grober bekommen. Ich weiß, dass es per Mods größere gibt, aber momentan der... Hey! Das Sandmännchen ist bei mir um... 2 Uhr mittags. 14 Uhr. Sagt mir das Sandmännchen, hallo. Super freundlich vom Sandmännchen. Ich habe gar nicht erwartet von ihm. Hau rein, Junge. So, das Raps hier ist komplett gespritzt. Ich hoffe eigentlich, dass es wirklich guten Ertrag bringt, dadurch, dass es gespritzt ist. Aber ich kann es natürlich nicht hervorbeschwören, ob es Ertrag bringt oder nicht. Das wird noch so die Frage sein, die ich mir längere Zeit stellen werde. Aber so wie ich das sehe... Ja, mal gucken. Erstmal, dass er ein bisschen durchfährt und nicht vorne stoppt. Ja, wie gesagt, ich hoffte es, aber dafür fuhr er zu schief. Naja, was soll's. Das Endstück hier müssen wir dann halt machen, den kleinen Fleck. Wobei kleiner Fleck noch lieb ausgedrückt ist. Ich hoffe einfach, dass dieses Feld einen großen Ertrag bringt. So, er grobert weiter. Ja, hoffe ich auch. Ja, wunderbar. Er sprüht weiter und fährt weiter und macht sonst was weiter. Schönes Ding. Okay, Raps füllt sich relativ langsam auf. Durch die Spritzung natürlich dennoch schnell. 23 Prozent, eine Bahn. Ja, es geht. Also, ich hab mir mehr erhofft. Wird doch nicht so der große Ertrag werden. Naja. Hauptsache, wir haben eine andere Vielfalt mal drin. Nicht immer dasselbe, wisst ihr. Immer dasselbe zu haben, ist auch langweilig. Ich geh mal kurz auf Toilette. Nein, es geht. Der Morgen fallen. Ich geh mal kurz zu Hause. Ich geh mal kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt mal wieder vernünftig hinsetzen Das sieht auch ordentlich aus, was ihr hier macht Auch gut aus In dem Arbeitstimpo dürfte das dahinter mal nachwachsen, bis er da fertig ist 50% sind jetzt drei Bahnen Lohnt sich fast nicht, aber der Ertrag stimmt halt Also wenn man dann sieht, dass man 400.000 dafür kriegt Dann ist das eigentlich ganz okay Ja, Livestream am Sonntag, den 2.9. nochmal betonen Ich möchte ja nicht, dass ihr den verpasst Ich hoffe diesmal, dass genug Leute kommen Damit es auch lustig wird Gespielt wird Landwirtschaftssimulator 2011 im Multiplayer Eine Stunde lang Damit wir auch was erreichen dort in dieser Stunde Vielleicht auch länger Aber Landwirtschaft wird einem das Ende gerückt, Leute Weil Ähm, die anderen Spiele müssen ja auch noch gespielt werden Es wird Sehr wahrscheinlich Äh, Slender kommen In drei verschiedenen Ausführungen oder zwei SCP Wie immer Das ist so ein Klassiker bei mir Im Livestream Der gehört einfach dazu Fängst du denn schon an zu krummern? Oh Mann Das ist schon richtig traurig So Naja, ob da er grubbert Der grubbert gut So, wir müssen jetzt gleich aufhören Mit grubbern Zumindest das Feld Und mal die Anhänger holen Oder er schafft das rechtzeitig hier Ja, müssen wir jetzt abwägen Wer jetzt erster sein wird Na komm, Helfer Mach mal aus Mach runter das Ding Ich übernehme Damit wir Höh Achso, der kann Okay, den können wir tatsächlich nur mit Stufe 1 fahren Das ist ja nervig Schade Naja, was soll's Wird uns jetzt nicht umbringen oder so Ich weiß nur, dass ich wesentlich schneller hiermit fertig sein werde Als der Helfer Wenn der Helfer nämlich hier immer wenden muss und drehen muss und wenden muss und drehen muss Das dauert ja ein halbes Leben lang Das wird jetzt erstmal vermieden Dadurch, dass ich das selber mache Dadurch, dass ich das selber mache Das sieht doch alles ordentlich aus Machen wir so Streifchen Und danach machen wir die anderen Stellen der Streifchen So Na los, fahr Ja, komm Jung, Mensch Mach mir keinen Gekummer Das Feld hier muss fertig werden Heute noch Na komm, bekürzt Naja, ob der Helfer das nicht schneller hinbekommen hätte Weiß ich jetzt auch nicht mehr So Hätte es wahrscheinlich ordentlicher gemacht Aber hier geht es momentan nicht um Ordentlichheit Ordentlichheit, tolles Deutsch Sondern es geht um Fertigmachen Weil er da vorne schon steht Und wartet auf die Entladung seiner Ladung So gesehen So, nochmal zurücksetzen Wunderbar So, dann haben wir das erledigt Den verlieren wir mal spontan Und rasen mit voller Geschwindigkeit los Immer schneller werdend Natürlich Mal gerade schauen Wo sind wir denn? Wenn ich über diesen Berg hier kommen würde Werden wir schneller da sein Aber Mit dem Trecker hier irgendwo lang zu fahren Das ist eh eine Zumutung Das Ding Und ja Wow Leistung Zumindest Leistung genug Um über den Berg zu kommen Wunderbar Da muss ich nämlich jetzt nicht Einmal drum rum fahren So gesehen Sondern fahr jetzt einfach hier lang Da vorne ist jetzt die Brücke Was ist das jetzt? So Zack Ging auf jeden Fall schneller Als einmal drum rum zu fahren Müssen wir uns nur ein bisschen beeilen Ding, 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 ding Hä? Okay Ah, so ging das genau Ich kann das auch senken Hatte ich gesehen Hier das Vordergewicht I like to move it, move it Wenn ich das nach vorne senke Habe ich ganz viel Gewicht unten Das ist voll interessant gewesen Somit macht man Easygoing Traktor pulling Ohne Mist So Ich bin beeindruckt Der kleine Trecker Schafft Schafft er die? Ich gebe Vollgas, Leute Ja, er schafft Passt schon Wunderbar Das klappt ja wie am Schnürchen hier Jetzt erstmal zurücktackern Tuckern Da fallen fast die Augen aus Irgendwie Zwar den ganzen Tag gepennt Aber immer noch so müde wie sonst was Wahnsinn Ich lege mich gleich nochmal eine Stunde auf die Couch Glaube ich Danach kommt Alan Wake Auch noch Hochladen Bettler war der Milchwagen Coole Sache Boah, bis wo müssen wir denn Ah, da hinten Oh Mann Wisst ihr, ich nehm extra die Bergtour zurück Aber Äh, hin Aber zurück Fahr ich ganz normal Was ist das für ein Gebirge hier? Wackel, rappel, rappel, zappel Hammer So, junger Mann, wir sind unterwegs Bald ist es vorbei mit deiner Vollheit So Hoppala Das Gewicht hat uns dann einfach nach vorne weggepumpt Ist auch nicht schlecht So, wie sieht's hier aus? Auch ganz ordentlich Er entlädt noch Er ist fleißig und gleich fertig Mit dem Geld kaufen wir uns dann die große Sämaschine Und begeben uns ebenfalls hier aufs Feld Sind das eigentlich so echte Maschinen? So Horsch und so gibt's die? Ich weiß, die Firma hier Fendt und Deutzfahr und so Die gibt's aber Horsch 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 mal, wer da hämmert Auch cool Wir müssen immer noch aufpassen Unser Eck Äh, unser Traktor hat nur noch 47 Liter Der hat jetzt zwar nicht so einen hohen Verbrauch Aber wir müssen dennoch mal ein Auge draufhalten Er macht das hier ganz super Naja, er kann nicht viel falsch machen Dafür kann man hier noch nicht böse sein Aber man sieht schon, dass Raps wesentlich langsamer voll wird Also es fällt auf jeden Fall auf Das sieht auch ganz gut aus Und das Einzige, was ich momentan machen kann, ist zu chillen Einfach chillen und warten Bis der Trecker da vorne wieder voll wird Hi Äh, so, wunderbar Also heißt es Abwarten und Tee trinken So, am Wochenende gibt's dann auch Am Samstag die Bilder der Gamescom Die ich und der Kumpel von mir gemacht haben Sind ein paar Gute dabei Ein paar Ladies und so Ist ganz okay Gamescom war auch eigentlich ganz okay Aber leider sind einfach diese Schlangen und diese Massen da Wo dann so ein Typ da steht und dir ins Gesicht lächelt Und der hat ein Schild in der Hand Hey, fünf Stunden steht an Wartezeit drauf Na, er versucht es zu erklären Aber das kann er knicken Da fällst du uns zu weit weg Schön das Rohr wieder einfahren, Junge Wir sind hier nicht bei den Pferden Du musst dich ja angeben, dass du das größere Rohr hast hier Rein damit Braver Junge Ist ne ganz Liebe hier, mein Trecker Das Mustang fährt unter den Geräten Momentan zumindest Was PS-Leistung angeht Über 400 PS hat das Scheißteil, glaube ich Oder? Moment Wie viel hatte der hier? Ja, 450 Nein, Quatsch 366 PS Nicht schlecht Ordentlich was Wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt Ist das schon heftig So, wie sieht's aus hier? Noch 10 Minuten an der Part Dann schafft der hier es wahrscheinlich Fertig zu stellen, wie es fällt Moment Machen wir anders Wir stellen es fertig Weil's somit auch viel schneller geht Tempomat 2 ist hier bei uns 23 kmh FU mit 15 Dann geht das Ganze auch viel schneller Und wir haben auch was zu tun Ich sag mal momentan nichts Was gibt's auch zu erzählen Ich fahr auch geradeaus Ich fuhr geradeaus Diese endlos lange Straße entlang Mit mir Meim Traktor Und meinem Ruber Gemeinsam Wollten wir das durchstehen Haben wir uns geschworen Bis ans Lebensende Doch der Sprit Ging immer leerer und leerer Dann war der Traktor am Ende Definitiv Es ist eine sehr starke Konzentrationssache Sich echt auf diese Ecke Da zu konzentrieren Dass auch alles erwischt wird Sonst ist echt Puste gut Okay Ich wollte nur nochmal nachgucken Gegen dem Status 72 haben wir Prozent Cool Cool jetzt fahren wir so eine coole Kurve da rein Mann Das sieht auch ganz okay aus Was er hier zaubert Er macht seine Arbeit sehr gut Er kann nichts falsch machen Er sowieso nicht Außer er macht schon die ganze Zeit was falsch Das wäre natürlich dann nicht so schön Hey ich hab kalte Arschbacken Das musste mal so erwähnt werden gerade Das hatte ich so im Gefühl Und das musste raus Ich wollte es förmlich rausschreien Aber Mir blieb keine andere Wahl Tut mir leid Aber ihr kennt das bestimmt Wenn ihr längere Zeit sitzt Dass ihr So einen kalten Arsch kriegt So er lässt sein Rohrhaus Raushängen Raushast Was ist das da Das heißt Die nächsten 8500 Tonnen Nein 8500 Tonnen nicht 8500 Tonnen Sind fertig Wahnsinn Dass sich das Ding überhaupt noch bewegt Wundert mich schon ein wenig Ja uns soll es ja egal sein Wir interessieren uns ja nur für den Inhalt Das heißt Eine Drehung machen So wunderbar Mit unserem großen Traktor hier Jetzt machen wir die große Drehung Über den Berg Die sieht so aus Einige kennen sie schon Wunderbar Und fahren in Richtung ihm Denn Gleich sollte es vorbei sein Und wieder entleeren Und wieder entleeren Rampstidampstid Wahnsinn Wunderbar Und erstmal Abflug Für momentan zumindest Dann parken wir nämlich mal hier Irgendwo Nehmen wir mal hier die Stelle Hier sieht schön aus So Das sieht gut aus Was er hier macht Er ist auch wieder sehr fleißig Bald wieder 10% Also ich gehe schon davon aus Dass das Spritzen was bringt Jetzt auch beim Raps Weil Raps füllte sich ja Ewig lange auf So geht es einigermaßen Das ist jetzt eine Bahn 10% Circa Fast eine Tonne Fast eine Bahn Ist ganz okay Also Nicht dass ich mich jetzt Darüber beklagen möchte Es ist natürlich immer noch so Wo ich sage Es könnte mehr sein Es wäre zumindest schön Wenn es mehr wäre Auf jeden Fall Wird es an der Mühle verkauft 12 Stunden haben wir schon gespielt Wow Heute wieder 21 Liter Diesel verbraucht Ist okay 11 Kilometer gefahren Geerntete Fläsche sind 2 Hektar Gesäte sind 2,5 Ist ganz okay Das ist so ein typisches Let's Play Also für meine Maße Perfekt Momentan Es passt alles Es läuft gut Auch so Von den Zahlen her Sieht das ganz gut aus Wenn wir überlegen Wir haben jede Folge Fast circa 2 Hektar Geerntet Und Circa 2 Hektar Gepflanzt Finde ich gut Okay Auf die Fahrdistanz Das sind immer so Sachen Kommt darauf an Wie man es sieht Ja 21 Liter Diesel verbraucht Ist natürlich nicht wenig Das ist ordentlich Aber wir haben ja nur 374 Liter verbraucht Bis jetzt Also Dann geht es ja Weil ich glaube Dass die Anderen Fahrzeuge Ja kein Diesel Hier verbrauchen Die vom Helfer Nur wenn ich selbst Fahrer verbrauche ich Welchen glaube ich Das heißt Ich selber Habe 21 Liter Diesel verbraucht Ich bin ja Fast enttäuscht von mir So wenig nur Die Zahlen sind Aber echt interessant Zu lesen So die Bahnen werden immer länger Die jetzt noch gelb ist Das ist eine der längsten Bahnen Oder die grüne danach Die zieht sich so ewig lang Das lohnt sich also Ein wenig schon Ja Geartete Fläche Haben wir bald Die gesäte Fläche Eingeholt Auch nicht schlecht Er ist gleich fertig Mit dem Grubbern Hat aber ordentlich Was geschafft Mit dem kleinen Ding hier Naja klein Relativ gesehen Das sieht alles so ordentlich aus Wahnsinn Wahnsinn Das funktioniert einfach alles Momentan hier Also das ist echt Verwundernswert Der Meerdrescher Arbeitet sehr präzise diesmal Der Groberer Grobert sich hier einen weg Als ob es Okay das ist der Fehler Da bin ich schuld Sonst hätte er den Nicht gehabt Ich stehe nur doof rum Und warte Und er sprüht hier einen Sich ab Bis zum geht nicht mehr Und ist auch gleich fertig Leute So So Bald 70% Wieder erreicht So Ein Stück vorfahren Müssen ja nicht weit Sieht aber ganz ordentlich Gut aus Er hat nur noch 46 Liter Okay das ist nicht mehr So viel Sprit Aber eigentlich ganz okay Jung Was ist dein Problem Schieb es weg Ich schieb es jetzt einfach mal Richtung Feld Momentan Da stört es am wenigsten Zumindest bis zum Na super geil Ist jetzt ein Witz oder Hängt das Ding da jetzt fest Weck mich doch am Arsch Bleib halt drauf stehen Ich rede mich doch jetzt Nicht dafür auf Dann ist der Rest hier halt ungespritzt So Ich hoffe ich habe das Ding jetzt richtig ausgerichtet Von Duell Von Duell So die geertete Fläche haben wir bald so weit dass wir die gesäte Fläche überholen So und hier endet damit auch der Part Von Landwirtschaftssimulator 2011 Mein Name ist Herbert von GamerTV Ich danke nochmal allen für's Zuschauen Finde ich echt super dass ihr so große Interesse daran habt Oh Voll Stimmt vorfahren Nicht dass ich nicht genug Platz dabei hätte Ah er ist bei der letzten Bahn Das heißt das haben wir auch schon fertig geschafft So Leute Es ist fast geschafft Sehr ertragreich heute Viel gefarmt Viel geschafft Gut Bis zum nächsten Part dann Nummer 35 hier auf GamerTV Mein Name ist Herbert Ich wünsche euch einen angenehmen Tag noch und vielen Dank dass ihr zu der Community GamerTV gehören möchtet Wenn ja macht ein Abo Wenn nicht Dann nehmt